An eine Schlampe wie dich Du bist ein Miststück Du bist ein Stück Mist Hallo meine lieben Freunde und willkommen Zurück zu Einer neuen Map Ja es ist arsch dunkel Und ja es ist eine Horror Map Und ja Alle die das nicht sehen können schalten bitte ab Ach du wir müssen hier weg wir müssen alle abschalten Nein ok Also wir haben uns gesagt Lasst uns doch einfach mal Die Horror Map ist auch nicht lang Das könnte eine vielleicht zwei folgen werden Danach geht es direkt wieder mit was vernünftigerem weiter Und ja aber wir wollten einfach mal eine Horror Map machen Und Ja einfach ausfahren Gut die Regeln haben wir schon alle befolgt Ja Und ja Tobi ich werde jetzt mal auf den Knopf drücken ja Ok Nach deinem Autounfall Findest du dich in einem Park wieder Dort nimmt ein Geist mit dir Kontakt auf Bist du bereit? Drei Zwo Eins Geist finde alle Relikte zum Entkommen Ich gebe denen sechs Minuten Ach, nööööööö. Beinnert mich irgendwie an Slenderman. Pff.. Ich habe Angst, Tobi. Geht da oben irgendwas? Ich habe... Angst. Du hast nur ne Blumen, okay. Das Schlimme ist, ich spiele das hier kackige auf Vollbild und nicht im Fenstermodus... Und ich wette, wir müssen nur 5 Schritte gehen und dann kommt direkt irgendwas, was uns erschreckt. Komm, wir gehen zusammen. Die Sichtweite ist nämlich auch übelst runtergeschraubt worden. Will nicht. Wir brauchen also alle Relikte. Hab ich das richtig gesehen? Ja, alle Relikte. Der Regen sieht komisch aus. Es regnet Blut. Das ist schon ein mieses Anzeichen. Guck mal, der Rechtssee. Wie, da ist... Da, an dem Baum. Wie ist das? Das ist ein Baum, oder? Ja, da ist ein Bild dran. Was? Wo? Siehst du das nicht? Nein. Mann, Schaf, was denn? Siehst du das nicht da am Baum, dieses Bild? Nein. Nein? Ich sehe nur, dass die Sonne da untergeht. Gibt doch was. Hier da doch. Ehrlich nicht. Da, wo der Baum ist. Ich sehe noch nicht mal einen Baum, dafür ist die Sichtweite zu gering. Ich habe auch sechs Chunks, wie du es gesagt hast. Ja, habe ich auch. Gut. Lass mich nochmal testen. Lalalala. Ja, sechs Chunks. Dann geh du vor. Du siehst scheinbar irgendwie mehr als ich. Ich will nicht weitergehen. Ich auch nicht. Hallo, Schaf. Wo ist das Schaf? Hey, Schaf. Das Schaf ist hier oben. Ich sehe das nicht. Lol. Jetzt sehe ich es. Du Spasti, verpiss dich. So, Moment. Grafik einsteigen. Sichtweite bis sechs Chunks. Ja, ich habe, nein, ich habe, ja, aber ich habe den Effekt, als ich auf den Knopf gedrückt habe, dass ich viel weniger sehe. Oh. Ja, ich nehme mich nicht. So, wir tauschen. Ja, soll ich mal was sagen? Was denn? Geh mal nach da. Nein. Ich trau dir nicht. Geh du vor. Ich auch. Ja, siehst du auch, ne? Ja, nein, du bist so. Was ist das? Da hinten ist ein Haus. Ein Haus. Lass uns zum Haus gehen. Geh zum Haus. Doch, wir müssen da hin. Da ist bestimmt ein Relikt. Ich will aber nicht zum Haus. Aber da ist ein Relikt. Ich bin mir sicher. Ich sehe so fucking wenig. Ich schwöre es dir. Ich habe, ich habe nämlich. Du stehst quasi jetzt davor. Wenn du mal ein Stückchen, kannst du da ein Stückchen hochschauen? Ah. Chucky, Chucky die Mörderpuppe oder so ein Scheiß, ey. Huren, das ist ein Busch. Das ist ein Stern. Das ist ein Sternlauch. Das ist einfach eine Blume. Oh mein Gott. Das ist so funny. Okay, okay. Wir dürfen eigentlich gar nichts abbauen. Alles klar. Wo geht es zum Haus? Äh. Da ist irgendwie eine Mauer vor. Da ist irgendwie eine Mauer vor. Wie geht es denn zu einem unterirdischen Eingang des Hauses? Da ist eine Tür. Wo? Wo bist du? Ja. Tobi, wo bist du? Da ist was, tatsächlich. Oh oh. Tobi, ich habe Angst. Oh oh. Da ist ein Raum. Da ist Licht am Flackern. Oh nein. Ich hasse sowas. Ich tue mal eben die Scheißpuppe in mein Inventar. Ja, ich habe nämlich geguckt, wenn ich mein Inventar aufmache, habe ich Verlangsamung und Blindheit. Ich habe gar nichts. Ich glaube, das ist auch eher für Einzelspieler, oder? Ja, ist es in der Tat ihr Weicheier. Wir ziehen diese scheiße Unlötchen in die Länge, wa? Scheiß Grashalm. Rein da jetzt. Los. Möchtest du reingehen? Du musst aber vorgehen, Sebi. Das weißt du. Du bist der, der aufnimmt. Ich ziehe jetzt mein Headset aus und laufe einfach durch, okay? Alles klar, alles klar. Alles klar. Ich habe extra das Headset ausgezogen. Ich habe nichts gehört, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich habe es schreien. Guck, das ist eine Kürbis der Tern. Ich will nicht mehr. Ich auch nicht. Okay, Leute. Das war's gewesen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, noch auf Map Uncharted oder so. Das war schon zu viel, ey. Uh, ich schwitze. Tobi, ich schwitze. Ich will nicht. Er hat das Spiel verlassen. Lasst mich doch nicht alleine. Alles klar, okay. Leute, wir sehen uns. Aus Reihenschau. Die Jungs sind irgendwie sturmt. So weich wie die sind, kommt wohl erst mal keine Horrorkarte mehr. Naja, nächste Folge spoilere ich schon mal eine andere Karte. Nichts mit Horror. Lach. Bis dahin. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017